Hallo, ich möchte dir die neue Startseite von RPI virtuell zeigen. Damit du dich noch leichter zurecht findest, helfen dir drei Farben, grün, gelb und blau. Die Farbe grün steht für das Wissen. Hier kannst du dein Material verwalten und im Materialpool suchen. Außerdem entstehen gerade immer mehr moderierte Themenseiten. So findest du alles, was du suchst und kannst deine Materialien auch anderen zur Verfügung stellen. Die Farbe gelb steht für Community. Hier kannst du deine Interessen mit anderen teilen. Du kannst dich in einer Gruppe anschließen und gemeinsam Neues erfinden. Die Farbe blau steht für dein RPI. Hier gibt es Neuigkeiten für dich aus der Welt der Religionspädagogik. Du kannst dir auch einen persönlichen Bereich einrichten und dich unter meinen RPI selbst organisieren. Probiere es einfach einmal aus. Weitere Hilfen findest du, wenn du auf das Fragezeichen rechts unten klickst. Viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal, 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 bis Vielen Dank.